Der eine Es fehlen allenthalben nur die Gäste, die dann besetzen diese Plätze. Allein der Mann kommt nun ins Stocken, wohin nur soll er sich nun hocken? Vorne ist es ihm zu laut, wenn einer auf die Pauke haut. Ja, selbst der beste Platz ist nicht so recht, womöglich wird es ihm da schlecht. Ein anderer kommt nun wie gehetzt, zu dem Konzert, das voll besetzt. Und sieht, ein Plätzchen ist noch frei, stößt aus nun einen Jubelschrei. Leicht darauf erklingt Musik, vereinigt so der beiden Glück. Musik 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 Musik